hi ihr lieben menschen jetzt wird geballert meine kopfhörer gegen die baller beide tappen man kann es schon sehen wenn man so ganz ohne und meine hände Dann hier nicht. Jetzt irgendwie nicht. Wir haben eine Anspielung als erstes. Ja, was weiß ich nicht. Da finden wir hin. Da haben sie so einen Typen. Move. Ja, VR einfach würde ich sagen. Für mich. Ich freue mich schon mal auf die PS-DEX-Demo, wo dann Astro's Playwoman gezeigt wird. Gibt es eigentlich auch eine Anspielung auf Astro VR? Vielleicht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ganze Spiel. Ja. Ist doch gut, aber es ist doch gut. Ich mache es kurz. Ich habe es da gesagt bei euch auf jeden Fall. Ich fühle es auf jeden Fall mehr. Ja. Weißt du was? Unangenehm, wenn ich jetzt sterbe. Und ich habe vorher noch eine Auslage. Ich sterbe jetzt schon nur ein bisschen dumme, nicht mehr Spiel. Aber jetzt kann ich sterben. Kühlen feststürzt. Siegeltieren generell. Kühlen feststürzt. Kühlen feststürzt. Kühlen feststürzt. Kühlen feststürzt. Opfer. Sowas mache ich nicht. Da spielt er auch irgendeinen PS4 Controller an der Hand. Wie blöd? Das ist Kingdom Hearts. Komm, das ist ein Gummischiff. Das ist ein Gummischiff, oder? Oder keine Ahnung, kann auch was anderes sein? Das sieht für mich ein bisschen aus wie ein Gummischiff. Ich denke mal was anderes, aber keine Ahnung. Irgendwann sollte man mal anders anspielen als mit dem Schiff. Wobei, meines ersten Streams existierten vor der PS5 und die ernten sich dann auch nur so... Ach, Pain. Wir sollten nämlich auch noch ein Prozesseil finden. Ich habe gerade eins gefunden. Mhm. Kann gut sein. So, wir finden jetzt ein Prozesseil. Eins noch? Ja. Ja, stimmt. Oha. Ich finde, der stirbt übrigens. Ja. Da kannst du mal gucken. Vielleicht irgendein Fenster oder was aufbringen und dann... Also, wir kommen ja nicht weit, die Typen, aber... Wir haben ja auch die von Boden hier. Oh, ich habe gerade, wo ich da oben so langweilig bin, habe ich ein Artefakt bekommen, ne? Ja. Ja. Ja, gut. Okay, gut. Ich werde auch hier in die Kamera und... Stimmt, ja. Also, da habe ich nur Sorgen gemacht, ob ich da irgendwas bekommen habe. Ob ich da nichts bekommen habe, deswegen. Und ich sah halt nicht, dass ich gut geguckt habe. Und vielleicht habe ich jetzt etwas übersehen. Ja, anfangen können wir auch nachgucken und so. Ich glaube, es fehlt halt ein Prozesseil halt. Ja, die Diskan hat noch stimmt. Peng. Ach, okay, es kommt nicht. Oh, ne. Ist auch schon hier, ne? Ah, ne. Das ist nicht das Ende. Ich verstehe, ne? Ja, nur als Abschnitt 3. Also, man hört eben, Abschnitt 3. Das ist noch 4-3, glaube ich, ne? Ja. Ja. Wer hat ein schlechter Spieler? Ja, wir alle. Ich. Nimm mal einen Spielen. Ja, wir alle. Ah, also, Pech. Guck mal, ich glaube, der ist gar nicht normal. Ich glaube, der ist so optimal. Geht auch gar nicht, oder? Ja. Es hat viele Wunder und es kommt dann in die Wand geflogen. Bidi bidi bidi. Ich hab die Münze. Oh oh. Danke. Wir haben mit Mare Galex nicht alle Sternzeiten einsam. Guck rein aber. Wir haben dies. Guck gerne runter. Ich kann so. Link war Elof. Ein paar Wunder rein. Ein paar Wasser. Ein paar Anführungen an. Jetzt kommt die Kamera überhaupt nicht zur Bestörung. Oh klar. Sorry. Die Spiel muss hier anfangen. Ich muss halt auch neigen. Das ist ganz wichtig. Ich hab ja auch Notladien gemacht. Ich wusste nicht. Ja. Schwierig. Ja. Was hat denn? Nein. Nein. Das ist so cool. Ich bin hier runter. Ich bin hier aber trotzdem nochmal rein. So wie ich gerade eben das herauf gemacht habe. Dankeschön. finde ich mir besser absagen. Ich werde das mal an passen. Ich bin hier Voyager. können wir das ganz einset sein. Das ganze zeigend. natürlich auch geld wir brauchen geld viel wir richtig hier in die galen weg checkpoint danke aufbekommen genau das nächste habe die toten mein schatz danke kompetenz ich habe geschafft aber auch nicht ich habe den grau übrigens das hinten anschlüsse übrigens und gucken wlan kabel habe und halb der kleine netzstecker welchen wenn ihr mir wünscht es ist sie so einfach durchrasen du musst auch mal gucken ich glaube ich auch auf die kaffee sorry oh hei ich muss keine akku akku masken also kommt jetzt noch Also da rein Kamikazen, so wo ich den kriege, dann bleibt die Flamme. Aber da kriegt doch noch mehr Geld. Ja, die geht auch in zwei Richtungen, also gleich mal abschicken. Oh no. Nein, ich raste jetzt komplett aus. Okay, das ist der Wut komplett auszuraten. Ich habe den Beweis. Ich habe gerade die P5 gerammelt. Gerammelt. Ja, würde ich die Hand triff. Vielleicht habe ich das schon ausprobiert. Okay. Ja. Fischfach. Hat dein Bruder schon wieder als Laufwerk gewickt, dann können sie es. GG. Hier oben ist es geheim, muss ich sagen. Oder hier unten ist es geheim. Ist auch nicht. Wenn du einen Backpoint kommst, dann weißt du, du bist falsch. Punkt. Einfach beide. Ja. Und die, die mir auch zu nah ist. Checkpoint. Oh Gott. Eins. Ja. 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 Ich habe die Trashjelchen mitgebracht. Ja. 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 Ja, richtig. Ja. Wo war denn noch? Ja. Mit dem Mikrofon 100%ig außer. Ja. Oh Gott. Ja. Ein Checkpoint. Ein Hild war. Ja, ich aktiviere dich. Auch schwierig. Mach halt auch abtimeren. Ich geh't und mal schon beherrscht. Hey. Oh Gott. Aktiviert ein Checkpoint. haben wir haben ja große fehler rot so gut sein könnte was großes stimmt die vd-player quasi bosskampf da war es nicht eingestellt da hast du keinen bosskampf gehabt es gibt glaube ich nur zwei bosskampf ne 3 eigentlich ich will wirklich einen endend bosskampf ja trotzig gar nicht mehr so leicht ich bin gegen die vd-player tut mir leid flank wie lange macht er das denn so also mal machen die zweite phase kann nicht alles ja erst ein bisschen dass sie einfach suchen durch die dinge haben die dinge wenn man angreift kann ich noch angreifen wenn ich dann halt nicht ich muss halt einfach nur und es spielen oder ok jetzt ihn doch noch ja voll gemein voll brutal voll jack and dexter hier äh mein Ding ist korrigin dieser andere Playstation Master of War ist keine Anspielung weil hier ist kein Kameramann ne ähm ja auch Jackball nicht Jackball sondern LittleBigPlanet das hab ich gestern am Donnerstag noch gesehen ganz viel Spielstände ja ganz viel Spielstände ja ganz viel Spielstände ja mhm und die länger ach ach das rennt auch nicht playstation äh playstation äh playstation äh die hab ich nur in silber ich auch aber in schwarz also ich nehme zum schwarz ich habe in silber und ich hier im Spielraum ja und rät sogar der Symbol ja ich hasse diesen Laufbach einfach suche viele schlechte Erfahrungen mit diesem Laufbach hier immer ja ich gehe auch mit dir komm gucken wir uns mal gucken wir uns mal hinten die Anfluss an aber ich glaube einmal hab ich da auch was eingeklemmt so halber man hat ganz viel wieder aufgemacht wie jetzt kein wie jetzt kein wie jetzt kein LAN-Anfluss was ist das denn wahrscheinlich die erste in Beziehung wo die es einfach noch nicht hatten ne ja auch der LAN-Adapter ja aber hier kann man ja aber das Ding ist ja als Festplatten adapt das hast du jetzt gedacht hier da kann man das Festplatte reinschieben was hat auch so Modder auch wie wir auch gemacht haben so zum Beispiel halt auch um ähm der Kano hat wirklich auch so eine Spiele-Sammlung hat so eine digitale Playstation das ist ja das ist halt eigentlich auch cool was wir dann solche Langebote haben das ist eigentlich schon anders das ist auch das Mikrofon okay das sind oh die Konsole was war das, ein Pudssl ne doch Puzzs in the Feder man hat jemand anders wir haben jetzt erklärt auch noch Zeit erstmal kurz in der Werbe rein partes gehen von der Ipod ist aber super dann kann ich meinen Fehler wieder gut machen und so ja Franziger und mir interessiert auch noch die Jean er hat einen fehler wahrscheinlich auch nicht das machen ja ich habe schon was Die Signore muss sich in den Augen angucken, oder? Kann man sich in den Augen mal angucken, oder? Wo kann man sich das jetzt in den Augen angucken? Bist du schwach? Ich sag nochmal. und Schiss. Wer will sowas? Naja, der Netzwerkadapter. Der wird ein Netzwerkadapter für die allererste Revision. Das ist ein fettes Ding, ey. Wo kommen wir jetzt rein? Überall. Da muss man am Rand anschließen. Nicht einbauen. Ja, einbauen lassen. Gibt es die Münzen übrigens noch? Nein, komm gib mir was. Lass es mal durchlaufen. Wie? Die gibt mir nichts, Penner. Na, Gott, nein, nein. Ist ja alles kaputt halt. Kurz, dass sie eigentlich Netzwerkadapter waren. Ah, ja, okay, das ist das. Das ist meine Wahl, oder? Alter, meinst du, ne? Boah, dann ist der unten einfach nochmal rein. Es ist die... Hm, so, du hast verkackt. Hier direkt, oh hei. Hier steht so direkt einfach rum. Wir haben verkackt. Hm. Guck doch hier unten irgendwo direkt. Okay. Habt ihr gedacht? Ja, bin ich aber gerade schreien, was soll das denn? Ja, ja. Also, da habe ich jetzt keine Schuld. Hm, ja, ne? Ja, ne? Ja, ne? Ja, wir sind hier. Kommt jetzt mal wieder, Katzen? Ja, wir sind gerade. Und dann haben wir wieder kurz Zeit, wie an das nächste Fenster gehen. Hm, hm. Hm. Ich will überlegen, was ist der nächste, ich glaube... Ja, doch. Na, das gibt uns Challenges. Sehr aufmerksam. Ich guck mal, wir waren jetzt erst da drin und dann da drin. Also, logisch würde ich sagen, dann da, aber keine Ahnung. Ne, ich glaube zum Lüfter. Weil Lüfter so eine PS3 Sache ist, okay. Ja. Ja, er war der PS4. Hm? Er war der PS4. Woher da ist der Lüfter dann keine Sache, weil da viel zu laut ist. Er hat kühle Quellen, ist auf jeden Fall PS3. Voller. Kann ich mich mitnehmen. So, komm mit. Mhm. Ich bruch'n... ...unliebbare Warntopfe. Uh. Du siehst doch noch mal ganz kurz durch Wasser laufen, vermute ich, am Ende der Folge, um einfach ein Gefühl dafür gut zu haben. Uh. Hier übrigens, genau in dem Gebiet ist das Prozesseil, was ich nachgucken musste. Aber es ist wirklich nicht schwer, ich glaube nur dumm. Gut. Oh mein Gott. Hört's doch voll gut an. Ja, wild. kann man auch nicht nicht das sehe ich an der optik ich hoffe dass man es nicht so was machen muss das da oben ne ok freten junge holt dieses in der nächsten Folge. Bis dann und tschau. Bitte, tschö.